Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Battlefield 4. Unser aktuelles Missionsziel lautet, wir müssen die Altstadt erreichen. Ja, die letzte Aufnahme-Session ist schon ein bisschen her, eine Woche ungefähr. Und es tut mir auch wirklich leid, dass die letzten Tage keine Folgen mehr gekommen sind, aber ich bin gerade ziemlich im Stress mit Schule und den ganzen Schmarrn, den man nicht braucht, natürlich. Natürlich, Schule ist wichtig und so. So, wir wissen schon mal, da sind die Russen. Ich muss mir hier nochmal... Ja, geil. Ja, die schießen... Ja, öh. Erstmal hier wieder nochmal kurz... Ich weiß, das hatten wir schon alles, aber ich muss es einfach nochmal machen, weil irgendwie Speicherpoint und so nicht überschrieben oder so ein Kack. Ähm. Ja, mir geht's auf jeden Fall ein bisschen besser. Und vor zwei Tagen war das eben nicht der Fall, da hab ich einfach da noch nicht aufgenommen. Einfach gewartet. Dass es mir besser geht. Daher. Nehme ich heute auf. Heute ist ein Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja. Und... Ja, ein perfekter Tag, um aufzunehmen, würde ich sagen. Ui. Oha. So, da ist auch ein Gebäude, was nicht so geil ist. Ui. Oha. Ich würd' sagen, wir rushen einfach jetzt rüber. Da oben hocken die auch drauf. Rushen wir jetzt einfach mal vorbei. Sind schon im Haus drin, geh einfach mal die Treppen hoch. Machen sie von hinten fertig. Ganz cool, wie im Multiplayer. Alles gut. Oha. Oha. Oh, scheiße. Da hinten ist auch noch einer. Oh, ne. Oh, die sind schon... Oida. Wer schießt denn hier? Oh, da ist ein fucking Tank. 5%. Oha. Das war knapp. Da hinten ist der. Ach so. Ja, Leute. Ich krieg durch die Wand Schaden. Sehr nice. Da ist er. Wieso? Versteckst du dich immer? Oha. Der ist schon verdammt nah hier. Der Tank. Muss die... Oha. Ja, los. Gib ihm. Mit einem C4-Packel. Wie geil ist das denn? Sehr geil. Wo bist du, Alter? Da oben hat noch einer. Ja, auf jeden Fall. Multiplayer bin ich schon. Äh, Rang 15. Ist ziemlich geil. Vor allem der Commander-Modus. Ist richtig Premium. Geiler Scheiß. Vor allem, wenn man mit anderen Leuten mit einem Clan am besten im TS ist. Und nur den Clan unterstützt. Dann kriegt man richtig pervers viele Points. Ja, Alter. Geil. Back dich erstmal fest. Damit ich die nicht töten kann, du Drecksau. Meine Fresse. Geh mir halt auf die Eier. Okay. Gut. Yes. Aber sie gehen nicht schon. Beachtlich. In der Kampagne fällt mir immer auf. Die Gegner fallen. Auf jeden Fall. Boah. Hier ist auch schon einer. Viel schneller als im Multiplayer. Komm raus aus deinem Loch. So. Erstmal neue Muni holen. Boah. Das ist ein Sniper. Nicht so cool. Dann müssen wir mal hier hoch. Wir sollten nach oben. Moment. Achso. Ja. Ich hätte schon gedacht, der schießt mit einem Raketenwerfer oder so. Sehr gut. Der ist schon mal weg. Ach ne. Wir gehen jetzt mal hier ganz gediegen außen rum. Boah. Da drüben auf dem Dach ist auch einer. Den habe ich ja jetzt überhaupt nicht gesehen. Okay. Gut. Der ist weg. Oha. Ich stehe ja verdammt unter dem Schuss. Mitkommen. 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 Nachrücken, Leute. Nachrücken. Oida. Oha. Noch einmal geschafft. Oben ist auf keinen Fall clean. Ja, geil. Oha. 12%. Boah. Das ist immer so verdammt knapp hier. Ach ne. Mit einem C4- Äh. Ding. Sterben die. Fuck. Mit einem C- Och ne. Sniper. Auf dem anderen Dach. 2%. Oha. Diese Zweikämpfe sind so verdammt knapp. Da ist. Äh. Ne Treppe. Loll. Gut. So viel dazu. Den Co-op-Botus werde ich wahrscheinlich auch spielen wollen. Also wollen natürlich. Aber ob ich ihn spielen werde. Das ist doch offen. Aber ich doch schon. Die Kampagne ist schon ziemlich kurz. Ich habe sie zwar noch nicht fertig gespielt. Aber ich habe... Nein. Erstmal sterben gehen. Ja. Auf Facebook Sarah zahlgeliked. Und da habe ich gesehen. Er hat eine Folge rausgebracht bei 14. Und da stand schon Finale dahinter. Also... Ähm. Ja. Dauert nicht mehr lang. Ist ein bisschen schade, dass die Kampagne so kurz ausfällt. Aber was will man machen als Durchschnittsspieler? Also Durchschnitt meine ich. Ohne... Äh. Loll. Äh. Mit irgendwelchen Einflüssen in EA oder DC. Oha. Boah. Alter. Erstmal mit einem halben Magazin am Anfang. Gleich losrennen in die Front rein. Sehr gute Idee. Sollte man machen. Ja. Weg mit dir. Dann da drüben sind welche. Salve schießen ist hier im Battlefield überlebenswichtig. Weil anders kriegt man einfach nichts gebacken. Ja geil. Ich habe dich getroffen. Was liegt denn da auf dem Boden? Scheiße. So. Der ist weg. Oh. Ich falle immer von den Häusern. Das ist nicht so geil. Ohja. Damals das da... Ui. Der ging aber extrem schnell drauf. Wir haben hier keine Sunnies dabei. Das ist echt ärgerlich. Aber wir müssen jetzt auch mal nach vorne rushen. Weil sonst überleben wir das nicht. Rush. Los. Und da ist die Nade. Da ist die Nade. Da ist wieder... Da kann man wieder nachladen. Oida. Da versteckst du dich. Also... Also... Na... Manchmal, ne... Ist die... Hitbox wirklich noch ein bisschen... Verpackt. Geht rauf. Oh. Das war knapp. Los. Hier nachladen. Oh. Ballert denn der? Da oben hocken die? Oida. Gar nicht geil. Gar nicht geil. Ein Prozent haben wir. Oha. Oida. Mein Aim ist wieder allerbeste. Mein Aim ist hier wirklich allerbeste. Mittlerweile haben wir auch... Also wir, das heißt... Mathorzer LP der Waffels. Und ich... Haben wir auch schon wieder Minecraft aufgenommen. Ja, schon wieder das erste Mal. So eine kleine Session war ganz cool. Aber ich hab leider nicht aufgenommen. Weil ich dann noch übelst verschnupft war. Und gelegentlich mal aus dem TS rausgehen. Also... Mich gemütet haben, weil wirklich... Ah, sowas gehört nicht in die Aufnahme. So, ballert mal drauf, Leute. Nein! Ja! Klar, wirf erstmal eine Granate dahinter, du Bure. Braus haben wir schon mal. Oida. Vier. Ja, geil. Äh, hier. M416. Aber wir tun jetzt mal das andere Visier drauf, weil... Ist ja wirklich hier kacke. Oida. Ja, kein Aim. Nimm's mal vorrückt und die Scheiße da von hinten aufräumen. Der funktioniert ganz gut. Weil die Waffe versieht schon extrem, muss ich sagen. Also Treffen ist... Oha, nein, nein, töte mich nicht. Och! Komm schon! Das ist dieses typische Battlefield-Gameplay. Ich schieß auf einen. Und er ist halt vom... Weil er getroffen ist, äh, zuckt er halt zurück. Die Waffe schaut vollkommen woanders hin. Trotzdem schießt er und trotzdem tötet er mich. Im Multiplayer schon tausendmal vorgekommen. So viel geraged deswegen. Boah, wir sind wieder hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, ne. Richtig ekelhaft. Die Points sind nicht so geil gewählt. Tut mir leid, aber... Ich wusste nicht, dass wir erst wieder hier spielen müssen. Ich wasche jetzt einfach mal wieder vor. Boah. Sind wir hier in Sicherheit? Also im B4 warten wir hier in Sicherheit. Egal. Komm nur her. Komm nur her. Wie er es immer nur auf mich abgesehen hat, das ist so ekelhaft. Bei dem Penner. Wir müssen jetzt mal wieder aufs Dach. Und dort holen wir uns den Wichser. Mit einem schönen, geworfenen, präzisen... C4-Einsatz. Ja, der war jetzt vertrackt. Vier. Ja, weg mit dir. Och, ne. Alter, das ist doch so ekelhaft. Wir werden mehr als 14 Folgen brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, Mann. Oh, ich sag mir immer, defensiver spielen, defensiver spielen. Aber daraus wird nie was. Das ist wirklich... Ekelhaft. Jetzt wechseln wir mal die Waffe hier. Hier. Aber die ist wirklich nicht so geil, muss ich sagen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine andere, um einfach mal auch eine andere zu zeigen. Die M416 nehmen wir jetzt mal mal für die QBZ. Achso. Äh, dann nehmen wir nicht die AUG, sondern die hier. Und schauen uns mal einfach die hier an. Okay, Rotpunkt-Visier. Ja. Läuft. Boah, wo? Da bist du. Minderwertiges Stück. Ja, ja. Mit RPG, ja. Ups. Mit RPGs. Ja, weg mit dir. Wo ist denn das Fahrzeug? Da hinten. Wo pimmelst denn du? So, mehrfach-Kill erstmal gelandet. Und jetzt rushen wir aber vor. Weil jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Ja, die ist schon ganz geil, muss ich sagen, auch. Jetzt los, Leute, los. Vor, 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 vor. Ja, geil, dass ich auch immer so viel treffe. Ey, das ist ekelhaft. Ja, und dann kriege ich 50 Punkte, weil ein Squad-Mitglied den getötet hat. Ey, das ist doch nicht zu fassen, ist das. Ja, ist klar. Weil das ist ne Juggernaut. Jetzt müssen wir hier wieder uns verstecken. Das ist ja allerbeste Sahne. Oha, da war er schon hinterm Stein. Hab ich nicht gesehen. Ey, ihr trifft den nicht, oder? Ja, geil, keine Muni mehr. Oha. Tötet den Kerl auch. Oha, Verstärkung. Gegnerische Verstärkung ist niemals cool. Eröffne das Feuer. Äh, Moment. Wir haben noch nicht Brons. Okay, also immer wenn wir neu starten, verlieren wir die Punkte. Wäre ja auch irgendwie... Au. Nicht so geil, wenn es nicht so wäre. Weil man sonst ja... Oh, ich bin ums Hingert, scheiße. Ja, super. Gefickt die Hände, Alter. Leute, ich muss jetzt mal hier die Folge ein bisschen abbrechen. Ey, das war's erstmal für heute. Und ich spiel schon mal weiter vor, damit wir hier nicht die ganze... Oi. Oh, da gibt's auch noch ein Jackpoint. Sehr gut. Aber trotzdem, wir sehen uns erst morgen wieder. In diesem Sinne, haut da rein. Und immer noch hier. Einsatz die Altstadt. Okay, gut. Haut da rein. Seers. Tschüss.